So, hallo meine Damen und Herren und willkommen zurück bei Crash-Pandicoot-Waubed. Also, ist ja eine Zeit lang her, dass ich das gespielt habe. Das war aufgrund meiner Krankheit ein bisschen schwer, weil ich irgendwie keine Lust hatte, irgendwie beide LPs voll zu husten. Deswegen habe ich mich für eins entschieden, es war Mario, weil ich dafür mehr Kraft hatte, weil Mario ist mir lieber. Aber auch mit Crash will ich natürlich irgendwie vorankommen, aber ich habe jetzt leider keinen Plan mehr, wo wir stehen geblieben sind. Und ich muss mir nochmal die Störung umgewöhnen. So, entschuldige die Unterbrechung. Musste Schlimm was erledigen. Aber egal, davon lassen wir uns nicht mehr aus aufhalten, sondern Strahlung umgewöhnen. Was haben wir gemacht, was wir hier die zweiten Dingspunsen haben? Geil. Also, hier haben wir das dann. Da fehlt es. Ah, genau. Ich weiß noch, wir haben hier in diesem Level alle Kisten gesammelt, indem ich mal wieder zurückgehen musste. Das war's. Warte, wo redet man jetzt nochmal? Hier, redet man. Gut. Dann holen wir uns jetzt das Relikt. Also, das, den Zeitkristall. So kann man ihn auch nennen. Indem wir jetzt einfach durch das Level durchspenden und alles aus dem Weg räumen. Okay, das ist nicht unbedingt, aber Hauptsache Sprinten. Äh, Sprinten. Und ich vor den Kisten stehenbleiben und angucken, was es so Neues bei Zalando gibt. Akku, Akku und Zeitinhalt, fieh ich, dass es aber nur eine Sekunde geht. Oh, Alter. Ähm, gerade nur vor kurzem. Oh, mir fällt gerade auf, diese Schlangen da unten. Also, dieses Bild. Der Schlangen, das die da bilden. Bilden drei Buchstaben. Die Neo ergeben. Das hält mir jetzt jetzt auf. Ist Cortex auch dabei? Da, siehst du? Die grünen Dinger. Neo. Neo. Oh, zufälligerweise sind die die Guten. Wow. Okay. Nein. Ich werde, das ging auch schneller drüber ab. Egal. Hauptsache, ich will den normalen Kristall nicht. Doch, ich will ihn. Ah. Ach, ne. Blöde. Blöde. Oh, das will ich jetzt eigentlich haben, aber. Dann hätte ich die drei Akku, Akku. Wow. Das war knapp. Ich kann ja einfach durchsprinten, ne? Geil. Boah, du bist ein Dreier. Oh, ich habe ihn richtig... Oh, ne. Oh. Akku, Akku, bestößt einen davor. Da ist eine die Frau trefft. Wow. Da beahle ich mich aber ganz schön. Das könnte ich auch ruhig angehen, aber egal. Wow. Gold. Tja. Tja. Das war sogar mehr, als ich wollte. Fit wie ein Tocho. Ist wieder da. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Es fängt gut an. Obwohl, ich bin einmal abgekackt. Äh. Abgekackt. Aber das hat keiner gemerkt, ne? So nice. Wie viel? Aha. 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 Genau so sieht es nämlich aus. Wer aufs zu tanzen? Ach nein. Auf drei ging das, ne? Genau so. Da haben wir alles. Neun haben wir alles. Acht haben wir alles. Sieben. Sieben. Da habe ich nämlich ein Problem. Ich habe nämlich keinen Plan, wie ich da rankommen wollte. Ehrlich nicht. Eigentlich. Moment. Kann ich da schon drankommen? Müsste eigentlich, ne? Ich meine, da gab es keine Wand oder irgendwelche anderen Zeichen dafür, dass ich irgendeinen anderen Diamanten zuerst sammeln muss. Ich probiere es mal, nicht verletzt zu werden. So weit wie möglich zu kommen. Nehme ich auch mal die Panzerfaust. Oh. Gute Panzerfaust. Äh. So. Alter, ich will mal den... Oh. Mario Starro ist sogar wieder dran. Ich habe jetzt echt keinen Plan, wie ich... Ich meine, man sieht ihn ja. Aber ich komme nicht dran. Vielleicht auch ohne Checkpoint. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Man weiß es nicht. Ich probiere es auch ohne Checkpoint. Bitte. Kann man da hoch, nun? Ist ja irgendein Geheimweg. Vielleicht müssen wir uns runterspringen. Da traufe ich auch keinen Bug. Kein Bug. So. Kein Checkpoint nehmen. So hatte ich das nicht vor, ne? Oh, 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 oh. Ein paar Äpfel gönnen. Gut hier. Aber... Aber... Aber, aber... Aber... Ich sehe immer nichts dafür. Bonus vergesse ich auch mal. Brauche ich auch hier bedingt. Ich ignoriere alle Vorteile, die ich haben könnte. Wenn ich bloß sehen könnte. Aber ich glaube nicht, dass sie so fies sind und denken. Ja, lassen wir die... Heute mal blind irgendwo hinspringen. Und wenn sie Glück haben, kommen sie dahin. Ich glaube nicht, dass die so fies sind. Obwohl, die mir gerade schadet, auch ein paar Fies sind spätselhaft. Weg damit. Das ist mein Glauben in der Erde. Nicht hier. Da. Da ist er ja. Ich meine, man sieht ihn schon mal. Da hoch kann man nicht. Das ist auch gut. Und der Jinx-Kampf schiebt auch nicht weiter. Nö, ich habe keinen Plan. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zurück zum Vorabruhen. Ich erkundige mich mal später im Internet. Weil ich will den jetzt wirklich holen. Achso, ich will den holen. Ganz sicher. Aber ich habe echt keinen Plan, wie ich da rumkommen soll. Und bevor ich noch weiter Zeit verschwende, gehen wir lieber in die nächste Zone. Irgendwas hier so abgeht. Obwohl. Wir haben jetzt... Wie fräck liegt das? Zehn, ne? Elf sogar. Dann müssten wir nämlich auch... Ne? Die geheime Warpruh. Der geheime Warpruh. Das Neues erhalten haben. Und zwar das sogenannte Level 27. Ja. Die sind miteinander verbunden, die beiden Level. Sehe ich gerade. Ne? Die sind miteinander verbunden. Das erklärt alles. Jetzt weiß ich auch, wie ich an die komme. Ich glaube... Ach, Leute. Danke, Internet. Hast mir sehr geholfen. Komm ich auch alleine drauf jetzt? Pff. Was hab ich hier so brauche? Ist ja... Ist ja... Schwert gegen... Panzerfaust. Apfelfaust. Irgendwer. Ist das auch. Hier dürften es eigentlich nur Nitro-Becke auftauchen. Ist das verbunden, ey? Sowas hab ich auch noch nicht. Hä? Ich hab den einen Erb als den anderen. Obwohl ich auf den anderen Erb gezielt hab. Naja, ihr habt's gesehen. Ihr wisst, was ich meine. Ah! Pff. Ich glaube, es ist sicherer... Oh mein Gott, der ist schnell. Warum bist du so schnell? Hat sich kein Akku... Nein, der hab ich ja verloren. Stimmt. Ne, ne, ne. Ne, 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 ne. Das ist mir zu unsafe. Oh, meine Fresse. Ihr habt mich an den Eiern. Ah, geil. Keine Checkpoints. Keine Checkpoints. Oh, ey. Nicht übereifrig sein, sondern auch Ruhe bewahren. Dann kann einem sowas auch nicht passieren. Aber egal, man sieht, man sieht jetzt alle Tode mal, die Crash so allein kann. Gerade in eine Flasche gesperrt. Hose verloren. Und dann... ...diskutieren. Und dann... Runterfallen. Da haben die... Oh! Lacht ihr nur. Lacht ihr nur. Wir wollen sehen, wer zuletzt lacht. Warum mache ich sie nicht wieder ruhig? Ganz ruhig. So, hier. Da. Ah. Grandale. Frisst meine Vitamine. Haha. Tja. So viel Vitamine sind ungesot. Hup. Vergessen. Aber noch gerettet. Ah. Nein. Nein, 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 nein. Ich warte. Jetzt gehe ich. Jetzt fängt das schon wieder an. Huch. Ah. So. Ja, ich kann die sehen. Jetzt pass auf. Wenigstens die noch. Ach, ne. Das könnte ich von mir verlangen, Alter. Ich hasse das. Jetzt muss es auch leichter werden. Boah. Was ist die Ding? Das war gar nicht mal so leicht. Tja. Ah, und jetzt komme ich hier nebenan. Und da habe ich versucht, unter zu sprechen. Pass auf, er bringt mich da rum. Geh weg. Danke. Gut. Dann wäre das auch komplett erledigt. Okay, ich merke mir, wenn ich ein Kristall nicht finde, beziehungsweise wenn ich nicht weiß, wie ich dran komme, warte ich, bis dieser Raum in der Warp Zone frei geworden ist, in der geheimen Warp Zone, und komme dann auch hier wieder raus. Gut. Das verprüfe ich nicht mal. Jetzt weiß ich, dass da alles fertig ist. Ein Level, schaffen wir das noch? Ah, das ist blöd. Im Moment, das ist nicht blöd. Platz auf die Schnelle, ist das am besten. 1,25. Sollte klappen. Wenn ich es auf Anhieb schaffe. Was ich doch hoffen werde. Was ich doch hoffen werde, was ich doch auch tun werde. Sagen wir es so. Neunter? Das klappt nicht. Boah. Was in die Stadt. Ach ne. Oh. Doch gelungen. Oh. Ich bin ruhig geworden. Konzentration. Scheiße. 2er verpasst. Ah, das ist nicht gut. 1,25 muss ich schaffen. 10. Nicht 1,2er verpasst. Was für ein 30 und nun. Boah. Was ist los? Hopp. 31 und 5. Aber das ist ja so unwichtig, ne. Wie viel da ich werde. Hauptsache ich kriege das verlegt. Oh, eigentlich müsste ich theoretisch ja auch Erster werden. Ne, muss ich. Muss ich nicht. Ne. Oder? Ach ne. Das war jetzt Zeitverlust pur. Schickte Art zu fahren. 1,12 oder 1,25, ne. 1,15. Alter. Lecko mio. Hast du jetzt. Oh nein. Was ihr alle denkt. Alter. Alter. Ich schaff's nicht. Oh. Das war gerade komisch. Oh, ich hab's nicht geschafft. Das war jetzt ein bisschen blöd. Besser 1,9,9. Das war jetzt ein bisschen blöd. Äh. Ich lass' jetzt hier wenden. Ich lass' das hier so. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Crash verabschiedet sich. Wer hat sich was zu sehen? Er hat sich schon verabschiedet. Ich ebenfalls. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tudeloo. Und bis demnächst.